Yo Leute, was geht? Hier ist euer Redmarek und ich habe wieder was Nettes für euch. Und zwar könnt ihr bei PS4 und auch bei der PS3 die Toure-Ausrüstung bekommen. Es lohnt sich eher auf der PS4, denn die Unterwasser-Welt auf PS4 ist natürlich wesentlich geiler und netter. Aber das Ganze ist natürlich im Offline-Modus. Aber egal, es läuft. Es ist richtig nett und guckt es euch an. Jetzt läuft nochmal eine Musik dahinter. Auf jeden Fall haut rein, Kommi, Like, Dislike, Abo, alles da lassen. Ciao! Oh, go! Oh, 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 oh. Hands in the sky, go hard, here we go Hands in the sky, go hard, here we go Hands in the sky One, two, three, go One, two, three, go hard, here we go One, two, three, go hard, here we go One, two, three, go hard, here we go